was geht habe ich ganz schön jetzt kommt rückte und ich komme noch nicht mehr durch wieso komme ich da nicht durch? oh ja wahnsinn dürfte jetzt ein problem werden oh shit nee nee das wird noch läuft ja auf jeden fall hatte ich nein oh bram macht auch einen abgang ja bram macht jetzt einen abgang allerdings wow crazy map auf einmal nach oben ich habe mir gesündet und deine heiße oh oh tschüss ihr geilen lutscher oh ihr geilen lutscher oh das passt oh nein okay alles klar toll ist natürlich wieder vor mir ist klar ja jetzt mal hättest du da warten können frage alter ich werde einfach die gleichen fehler machen ey was oh jetzt seid ihr wieder am Anfang oder? boah ja ach fuck you bitch ach ja ich wusste das hat ihr verkackt boah wie man da einfach nicht durchkommt ja alles klar ey ey mit hier nahm lol na da habe ich es verkackt ich komme nicht an die Dinge dran na egal da habe ich wohl raus das ist doch kack hier ist oh 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 peter 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 ja natürlich doch wie geht einmal das timing bitte wo hat denn das bitte geklappt ja genau durch die zwischenbasis what the fuck what ja naja das spiel ist mal wieder premium sind wieder diese buggy random maps echt bullshit yeah gut zu wissen dass die schwarzen steine boah wie er da gewartet hat was war clever von Brom du kleine huu oh ja oh 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 ach das level war scheiße ja vor allen Dingen voll Brom geschenkt der Siege ey ja echt mal finde ich allerdings auch welche map waren das jetzt eigentlich keine ahnung weiß ich nicht ich habe mir nicht vor wie 2 towers ne ok spielen wir halt eine standard map ja voll geil what alle haben ein item gekriegt ja ist klar ne wenn du da gleichzeitig drüber rennst ne ne einfach damit es fair ist lol nein oh man wow hat er echt mega viel gebracht und so bitte was ja da rüber zu springen hat es echt gebracht nicht jetzt möchte ich aber auch durch ach komm Peter ganz ehrlich ganz ehrlich mach mal oh shit ich glaube hier bringen die Dinger nix wenn du die hier bringt bist ne wie ist sie ja komm oh 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 Mist na vram ja hrdi nein ich hab doch gedrückt ja egal no problem bin noch im rennen aah dort vorbei scheiße oh shit oh ja natürlich oh nein ich bin auch noch gestorben oh fuck ey das war cool leu ach euren das war sie oh shit das könnte jetzt ja da ist feierabend für die beiden christian no problem alles cool alles cool ich rufe dem hai voll geil ja der ist auch geil oh nein das war zu früh steh auf steh auf deine chance er ist im groten bereich oh ja natürlich wie natürlich du bist doch da reingelaufen ja boah mann das ist jetzt ganz ach doch unfair unfair sagt er gut job hardy für einen ist sofort feierabend Sofort feierabend jetzt noch nicht Er wird jetzt wieder da oben lang springen Ja komm ey, kack Game Jedes mal hau ich da gegen diese Scheiß Oh nein Juhu, das sieht gut aus, dann mach ich jetzt Ich will nicht, morgen krieg ich denn die Bombe, weißt du? Bullshit Da ist Feierabend, Peter Da machst du nix, machst du da Nee, Bombe ist Killer Bombe ist Killer, Alter Das ist an der Stelle, aber meistens auch Bombe ist einer der stärksten Komm drück mal ihr Mongos Habe ich du, Mongo Ja, irgendeiner ja nicht Das steht sogar an links Hector Boah, wie ich auf den falschen Namen geguckt hab Das ist jetzt aber scheiße Nein Oh shit What? Habe ich schon gedrückt, bevor ich wusste, dass du in die fucking Scheiße verspringst Ja komm Du kannst dir nicht ausweichen, wenn du dich druckst Ja, wie ich jetzt alles ab... Oh nein Nein Immer krieg ich ja nicht so Boah, stille Oh oh, Christian Nein 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 Nein, 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 nein Boah Alles gut Ey Ach, bloll Ich bin so was für krass im Rad Oh shit Ja sicher doch Ach ja natürlich Pilspitzel Ich bin noch drin Ja wobei Oh 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 Ach ne, komm Warte Nein Nein! Ah, komm schon, ich bin so was für krass am Ratter. Oh, jawoll. Boah, Alter. Da hätte Christian fast seinen zweiten geholt. Teddy. Lol. Haha, Christian. Ich bin gesprungen. Oh, fuck. Das könnte jetzt ein Problem geben. Ja. Da hab ich dir jetzt ein Foto gemacht. Nein! Schade. Feder wird das holen. Wollt ihr nicht? Doch, doch. Ich hab's im Gefühl. Und? Da hab ich's geholt. Ja, natürlich doch. Oh, ich will auch. Ist dein Haken gerade benutzt? Nein! Oh Gott! Kein Scheiße. Oh, shit! Da bin ich raus. Das ist nicht gut dran. Ja, egal. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ja. Nein! Nein! Fuck you! Geil! Nein! Ich hab wieder losgelassen! Nein! Aua! Nicht in den Hintern! Danke! Gerne doch! Immer wieder gerne! Aua! Oh, doch nicht genau jetzt! Oh nein! Jetzt muss ich nämlich da hochsprühen! Ach komm! Boah! Zum Kotzen ist das doch! What the fuck? Da legt sich das mal hin! What the fuck ist da denn passiert? Einen von euch krieg ich doch, oder? Nein, scheiße! Boah, diese Hooks sind manchmal so behindert! Oh ja! Ja, komm! Christian, den musst du jetzt holen! Ja, Christian muss das jetzt echt holen! Ja! Nur gegen Bram, der kann nix! Der ist voll easy, Alter, ohne Scheiß! Oh oh! Ja, noch alles gut! Haune weg, komm schon! Pass auf den Hook auf! Du dick! Hab' ich! Zu spät! Ich weiß nicht genau, wann man das machen muss! Wenn er das Ding los schießt! Wenn er das Ding los schießt! Kade! Tja, machst du nix! Peter, Peter, Brammen! Aha! Sehr gut! Wie Peter, Peter, Brammen! Ja, ich hab' nur geguckt, wer gevotet hat! Ja, Peter hat zweimal gevotet! Ah! So! Aua! Ouchie! Nein! Oh oh! Boah! Weißt du, gehst du auf... So, eh schnell gewesen, Peter! Jawohl! Guck mal auf, ne? Ja, natürlich doch! Ja, bleib doch betäubt liegen, du miese Hure! Jetzt ist eh vorbei! LOL! Leute, seit wann ist denn so ein Ding da? Ja, ohne Spaß! Das ist ja voll scheiße! Das ist, um den Leuten zu helfen, die das nicht schaffen, sondern springen! Boah, voll für Pussys, Alter! Wieso krieg ich denn als erster so'n... Oh! So'n Hook! Das ist ja Randalon und Bombe haben! Ja, komm! So, komm schon! Gas! 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 Das ist eine deckliche Bombe! Meine Fresse, ey! Ja, komm, ey! Boah! Boah, ist das Scheiße mit den Dingern, ey! Ach, das ist doch Kacke mit den Dingern! Ja, das ist echt total krass! Da hätte mich sonst getroffen, ey! Du hast mich voll gerettet, Alter! Boah, das war voll knapp! Und freundlich! Das ist doch scheiße! Oh, rein, Peter! Überall diese Casual-Scheiße, ey! Scheiße! Für diese ganzen Casual-Noob-Facts! Na komm, eine Runde geht nur! Die Casual-Noob-Facts! Ja, ist doch heute so bei den Videospielen! Das ist für diese ganzen... Die meisten Spiele sind auch nur für die ganzen Idioten, die... Ich spiel mal eben kurz! Das darf aber bitte nicht so schwierig sein, sonst hab ich keine Lust mehr! Boah, zum Kotzen, ey! Das ist übrigens auch Hardys Einstellung gegenüber sehr vielen Spielen! Ja, bei mir ist Loading! Überstellt jeder Adventure-Map! Bei mir ist auch Loading! Mir passiert aber nichts! Ist auch Loading! Ja, da passiert grad nicht allzu viel! Ich glaube, das hat sich mal wieder verabschiedet! Ja, erst die Level auch noch einfacher machen und jetzt auch noch so eine Wichse hier, ey! Das Spiel ist nicht der oberbehinderte Wichs vor dem Herrn! So! Muss jetzt mal gesagt werden! Ja, gut! Da das nicht funktioniert, würde ich jetzt an dieser Stelle sagen... Vielen Dank fürs Zuschauen! Bis zur nächsten Folge! Und rein! Tschööö. Tschöö.